Come on! Heute mit einer sehr denkwürdigen Folge, denn wir sitzen tatsächlich alle mal zu fünft auf der Couch. Das gab es in dieser Konstellation noch nie bislang, oder? Wir fünf, so noch nicht. Naja doch, mit hinten Regie gab es. Stimmt, genau. Ich habe mir einen Julius geholt, gezüchtet. Hier, das brauchst du noch dazu. Was? Was soll das denn heißen? Das ist der letzte Schrei, externes Gehirn. Das finde ich total geil. Über USB dann, oder wie? Das ist fantastisch. Nee, über Arsch. Ja, über Arsch. Schön, dass es mal geklappt hat. Hallo Marco, wir saßen auch krank, nebeneinander. Ist gut, freu mich. Bei uns in Meetings ab und zu. Ja, das stimmt. Dann hast du gesagt, vielleicht soll ich meinen Bauch streicheln. Dann habe ich gesagt, bringt mir den Wookie. Ja. Ich habe gesagt, du sollst uns mit deinem Bauch streicheln. Ja, ich habe mal komisch neben dir gesessen, wir haben geredet und ich habe tatsächlich meinen Bauch gestreichelt, wie so ein Glücksbruder. Ja, gut. Naja. Ihr seht, tatsächlich machen wir auch Meetings. Ja, ihr würdet da bestimmt gerne mal Mäuschen spielen, ist aber auf jeden Fall abzuraten, denn ihr seht schon, bei Meetings werden bei uns nur Bäuche gestreichelt und Gehirne weitergereicht. So. Für so manchen Beruf braucht man auch Hirn, für den Hirn nicht. Wiesen ist grad. Wiesen ist grad. Oh ja, richtig. Am Montag. Also sind wir jetzt ehrlich. Stimmt, geht ja eigentlich hin. Genau. Klar. Ich war ja schon, bin schon, wäre dann vielleicht schon. Warte, warte, nimm das. Jetzt. Ja. Der Witz ist mein Hirn sagt, sag gar nichts. Oh oh. Das ist das Glückste. Das ist tatsächlich das Glückste. Ich fasse es nicht. Ja. Glick ist nie aus der Hand. Ja. Scheiße. Sag nichts, sag nichts, sag nichts, sag nichts. Bitte sag jetzt nichts. Was wolltest du uns grad sagen? Du warst schon, oder was? Also, weil er ja so tun will, dass es dann Montag ist. Ach so. Ach so. Und dann, er sagt, er war schon. Das hat noch nie funktioniert, Julius. Ja, ich weiß. Ja, Samstag. Das ist Quatsch. Also das heißt, in der realen Timeline geht die Wiesn morgen los. Ist das richtig? In unserer, ja genau. Ja, genau. In unserer Zeit. Genau, okay, verstehe. Genau, 19. Ja, genau. Und geh dir hin, du doch bestimmt. Nee. Bitte. Ich habe keine Kohle. Ich bin entsetzt. Für einen Umzug, musste ich alles. Und Wiesn ist arschteuer. Das stimmt. Das ist leider so bestimmt. Also, ich weiß es nicht, aber bald wirst es wissen. Und die Machtpreise sind, glaube ich, auch wieder gestiegen. Immer, oder? Immer, aber, ja, ich weiß nicht, immer 10 irgendwas. Das ist quasi die Inflation, kannst du direkt an der Wiesn ablesen. Die meisten geben wahrscheinlich 10 einfach inzwischen. Vielleicht gehe ich mal mit der Mama. Oder kostet du über 10? Das ist die Frage, ob die 10er-Marke schon geknackt ist. Das weiß ich nämlich auch nicht. Das ist natürlich die Wiesn-Bedienung unfair, weil die Leute geben schon seit Jahren gefühlt immer 10 der Wiesn-Bedienung. Das heißt, es wird eigentlich nur ihr Trinkgeld geringer. Ja, aber die Wiesn-Bedienung, die kriegen so viel Geld. Gut, ich will das nicht schmälern, weil die leisten auch wahnsinnig viel. Also, ich könnte es nicht. Gastro ist ja schon die Hölle. Aber Wiesn, wie lange geht die Wiesn? Drei Wochen? Zwei. Zwei Wochen. Genau, drei Wochenenden, so. Das ist also, ja. Ja, aber für einen fünfstelligen Betrag würde ich das auch leisten wollen. Sag das nicht. Sag das nicht. Die machen echt Kokole, aber ich würde es mir auch niemals zutrauen. Es gibt richtig Kokole und die warten das jetzt ja ewig lang. Es gibt genug Leute, die es machen wollen. Genau, es kommt wahrscheinlich auch aufs Zelt an, wo man dann arbeitet. Zelt an, wo die alle sitzen und vielleicht nicht gerade auf den Bierbänken reiern. Ja, aber das ist schon, boah, das ist schon, also das stelle ich mir echt gruselig vor. Und die drinnen machen, die machen ja generell dann auch mehr Umsatz als draußen im Biergarten, weil es regnet immer zu Wiesn irgendwann. Es tut mir dann auch immer leid, wenn die da draußen stehen und sich, oh. Ja, gut. Aber klar, die denken sich wahrscheinlich alle, komm, Zähne zusammenbeißen und durch, weil nach den zwei Wochen habe ich echt Gesundheit, habe ich echt gut Geld verdient. Aber, boah, das ist, boah, gruselig, gruselig. Ich habe so Angst, ne? Vor was denn? Da hinzugehen einfach. Du warst noch nie auf der Wiesn. Nein, ich glaube, ich werde es... Du kommst auch nicht wieder. Du hast ja keine Angst, aber es ist halt wie ein Volksfest. Ich meine, du musst halt... Ich mag halt besoffene Menschen nicht. Dann bist du auf der Wiesn. Ja. Richtig. Super. Die magst du nicht, wenn die alle so auf einem Ort sind. Ja. Dann spielt aber der Wochentag eine entscheidende Rolle, die Uhrzeit. Montags ist gut. Genau. Und auch, wo du halt hingehst. Also wenn du besoffene Menschen scheuen möchtest, dann würde ich dir halt nicht raten, abends um sechs in so ein Zelt zu gehen. Da kommst du eh nicht mal rein. Das stimmt. Also Montag schon noch, aber sonst... Aber man kann ja auch durchaus so über die Wiesn mal schlappen und deine Wurst essen oder diese alte Wiesn, sagst du immer wieder, find ich halt irgendwie toll. Das ist bezahlbar und hat irgendwie so einen eigenen Charme. Also Wiesen ist ja jetzt nicht gleich Zelt und öh und... Also das geht schon. Ja, ich bin gespannt... Oder? Du bist die Wiesn-Experte? Doch, geht schon, oder? Man kann auch die Wiesen gut überstehen... Besoffene wirst du immer haben. Ja, gut, klar. Also vom Moment an, wo du aussteigst, da wirst du auch schon besoffen. Vor diesem See aus Kotze. Dann muss ich einfach mega selber die ganze Zeit besoffen sein, eigentlich. Und das meinen halt die meisten und dann deswegen installiert es halt mal. Und das ist nämlich das Problem. Und das könnte so schön sein. Marco, was würdest du gerade sagen? Äh, was würd ich denn sagen? Achso, ich bin auch nicht so da richtig. Brascht! Volksfesten und sowas. Ach so, ja, auf ihr was. Wir kommen aus einer sehr dörflichen Gegend und die Volksfesten dort haben mich, blöd gesagt, einfach angekotzt, aber die Wiesn sind natürlich etwas, seit ich in München lebe, jedes Jahr hingehe. Schon schön. Aber was macht denn die Wiesn dann so besser als euer komisches Dorffest? Auf dem Dorffest kennt man jeden und da kennst du zum Glück nicht alle. Aber jetzt, wo du den Fame hast, mit deinem Star-Wars-Format, den werden dich auch alle kennen. Dann gehst du ins Hacker, da stehen alle auf dem Bräuel, das ist doch der Risch. Oder ins Löwenbräuel, ne, ins Hofbräuel, da sind nur Amerikaner, Australier, da kennt dich keiner. Alle mit Flip-Flops unterwegs. Hattest du sowas auf der Wiesn, so, ah, Japaner, ah, Niyotaku, Niyotaku? Ne, leider nein. Das wär aber geil. Leider nein. Japaner sitzt man gar nicht mal so oft auf der Wiesn, fällt mir grad eigentlich ein. Also relativ viel Chinesen halt. Wahrscheinlich konzipieren sie schon ihre eigene Wiesn. Stimmt, aber auch die gucken nicht, das ist ein Niyotaku. Also mehr Amis. Ich verstehe nicht. Aber chinesische Touristen werden ja busweise am Isar-Tor immer abgeladen und die tackeln dann als erstes zum Oktoberfest zu dieser Zeit. Ich glaub, die überfordert das auch hart. Weil grad in der Gruppe, du findest dann never einen Tisch. Ne. Also da kannst du... Aber ich glaub, der ging jetzt hauptsächlich darum, irgendwo Fotos zu machen. Der hätte stimmt. Das ist doch so ein Klischee. Na, das ist tatsächlich so. Schau dir mal ein Deutsch in Tokio an. Und dann möchte ich noch einmal hören die Japaner mit ihren Fotos, ey. Schau dir mal ein Deutsch in Tokio an. Also kein Deutsch besser. Ich bin nämlich da dunkel, dass da sehr viele Fotos von dir entstanden sind. Ja. Das ist richtig. So. Fangen wir an mit dem Thema der Woche und Wiesnbedienung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn das Thema der Woche lautet, vor welchem Beruf wir denn am meisten Respekt haben. Und so eine Wiesnbedienung, klar, die sucht sich's halt aus. Sucht sich doch jeder aus, oder? Ja, jeder würde jetzt nicht sagen, aber ja, die meisten wahrscheinlich schon. Ähm. Oder was heißt man... Ja, was heißt man sucht sich's aus, also man... Kommt drauf an. Ja, genau. Aber man sucht sich eine Ausbildung so ein bisschen aus. Oder ob man nicht studiert, oder nicht. Genau, genau. Sucht man sich ein bisschen ja auch. Ja, genau. Aber also davor hab ich auf jeden Fall, generell wie vor der ganzen Gastro, hab ich auf jeden Fall Respekt. Wobei ich halt sagen muss, dass ich glaube ich generell vor jedem oder fast jedem Beruf auf so eine bestimmte Art Respekt. Ich hab Respekt vor einem Schreiner, weil ich das toll finde, dass jemand so was schaffen kann. Ich bin halt so einen blöden Nagel in die Wand zu hauen. Ich find das toll, wenn jemand aus so einem Stück Holz einfach so einen geilen Tisch baut. Ich hab aber auch Respekt vor einem Gülletaucher, wenn man denkt, wie ätzend. Aber einer muss es halt durchziehen. Das ist das für ein Beruf. Gülletaucher? Ja. Scheißturmtaucher nennen wir es auch. Ja. Die schwimmen halt in so Kläranlagen rum. Und die sehen ja nix, weil irgendwas glaub ich auch Verstopftes und so. Weiß ich. Wenn sich da die Wurst verkeilt, Maxi, dann muss der ins Becken. Weil sie die scheiße lieben. Das wird sich mal... 200 Meter Gülletaucher. Ich glaub, das nennt sich Gülletaucher. Das ist tatsächlich so. Ja. Und das ist hart, weil du siehst ja nix. Ist so ähnlich wie Wiesenbedienung, weil die verdienen auch ein Schweinegeld. Das wusste ich zum Beispiel. Die finden halt auch Schweinegeld da unten. Du siehst ja schon nix, wenn du im Starnberger See tauchst. Bei wie vielen Drogen gibt's schon auf irgendwelchen Toiletten halt. Koks. Geld. Die sind gut. Die haben halt ein Leben im Rausch. Es sind immer die gleichen Klofrauen auf der Wiesn, seitdem ich da hingehe. Echt? Habt ihr schon nochmal ausgetauscht? Die erkennen mich glaub ich nicht, aber ich erkenne sie immer. Und ich geb auch immer brav ganz viel Trinkgeld. Ich denk, die machen richtig gut Umsatz auch. Echt? Ich muss ja sagen, so Klofrauen und Klomänner sind für mich ja das Gegenteil von Kassieren. Weil ich hab voll Angst vor denen immer. Hast du Angst? Ja, ich hab immer Angst vor denen. Hab ich auch Respekt vor. Hab vor jedem Respekt. Also nicht vor jedem, aber vor fast jedem. Ich hab ne Angst, weil ich denen kein Geld geben möchte. Dann gucken die immer so böse. Wieso gibst du denen kein Geld? Also wenigstens 30 Cent, wenn du nicht mal 50 Cent hast, 30 Cent. Oder Kleingeld. Irgendwie so. Meistens steh ich ja eh nicht ins Klo. Aber ich weiß auch nicht. Wenn ich da esse, dann kann ich doch da auch aufs Klo gehen oder nicht? Ja, aber das gehört sich halt. Genau, wenn das Klo besonders sauber ist. Genau. Ja, aber das ist es ja nie. Das ist ja nie, wenn die Leute da stehen. Wenn das ja wenigstens sauber wäre. Wenn das Klo wirklich dreckig ist und ich mich dann frage, warum sitzt du da vor meiner Nase, eine Klofrau oder eine Klomanche auch. Was aber geil wäre. Dann geb ich wirklich aus Prinzip nichts. Aber sonst normalerweise. Dann komm man auch immer einfach rein. Ja, aber ich kann so eine Klofrau auch verstehen. Also dass dann nicht jedes Klo geleckt ist. Erstmal ohne Witz. Also ich rede nicht vom geleckt. Einige Leute, die sind offensichtlich entweder zu dumm, um aufs Klo zu gehen. Oder es ist ihnen einfach völlig egal, wie sie halt das Klo hinterlassen. Und ich mein, wenn man auf dem Klo ist, ist man auf dem Klo und da kann es ja schon mal passieren, aber bei manchen, da fragt man sich ja, großer Gott, hat da jemand mit einer Schrotflinte voller Oregano in die Schüssel geballert oder was ist denn da passiert? Da hast du doch mal eine Mail geschrieben, oder? Irgendwo habe ich diesen... Ich habe auch immer eine Mail zu diesem Thema geschrieben. Das war fantastisch. Solche Mails kamen öfters. Ja. Wenn mich sowas halt nervt. Verstehe ich auch. Ich finde das unmöglich. Ich rede jetzt nicht von einem Klo, wo du merkst, okay, da hat jetzt einer mal irgendwie Sauerei gemacht, sondern im Klo, wo du schon am Geruch merkst, den ganzen Tag riecht es hier so. Ja. Es ist nicht, weil einer gerade irgendwas daneben gemacht hat und die Klofrau macht halt in dem Moment. Ich hatte aber super selten. Also wenn es eine Klofrau gibt, ist meistens das Klo einigermaßen sauber. Ja. Und dann gebe ich der Person auch immer was. Ich gebe denen ja auch immer was, aber ich habe immer Angst vor denen trotzdem. Vor allem auch, weil Klofrauen kommen auch einfach immer ins Männerklo rein, wenn man gerade am Pissoir steht. Naja, das ist aber halt einfach sowas. Es steht im Zweifel immer jemand am Pissoir. Was sollen sie denn? Ist da mal was passiert, Julius? Ja. Glaube ich nämlich auch. Da ist doch mehr jetzt. Ich weiß nicht, im Club in Hannover, im Workhouse, da gibt es eine Klo-Oma, die kennt jeder. Die Klo-Oma? Die Klo-Oma ist immer die gleiche. Also die Klo-Oma, ja. Die ist halt so nett. Ja? Ohne Scheiß. Und bei der laufst du auch, aber was? Bei der, der gebe ich immer alles, was ich habe. Da gebe ich alles. Die Handynummer schon ein paar Mal hingelegt. Die ist der Hammer, die Frau. Ich habe gerade vergessen, warum eigentlich. Aber die ist echt der Hammer. Ich hatte ein interessantes Erlebnis. Am Stachus gibt es einen Club. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Aber da war der Klo-Mann, war halt quasi... Gleichzeitig der DJ. Der Typ schaut halt da und hat gesagt, hey. Everything comes down too cool. Damals auf der Toilette warst du so rausgeprügelt. Und das Klo war wirklich blitzeblank. Das sauberste Klo, das ich jemals in dem Club gesehen habe. Im Club Natursekt. Und ich fand so direkt neben den Toilettenhack mit ein paar anderen Leuten. Und auf einmal lässt einer auf diesem Klo ein Glas fallen. Halt versehentlich. Stürmt er da rein, zieht die zwei raus, die das veranstaltet haben. Und dann hat die erstmal zurechtgegeben. Okay, kein Wunder, dass es auf diesem Klo ist. Ja, hat er recht. Das sind Geschichten aus dem Leben. Die mag ich gerne. Das wird viel zu selten. Das hat von euch wahrscheinlich noch keiner mitgekriegt. Aber der beste Voll-Asitoni-Imitator, den ich kenne, sitzt hier auf dieser Couch. Maxi! Maxi Graham! Ja, womit wir auch wieder bei berufen werden. Und zu dieser Stelle werfe ich kurz mal das Gehirn weg. Ich sage ja immer, die Nuten sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Man muss dazu sagen, dass es ein Asitoni-Zitat ist. Man muss das dazu sagen. Und auch, dass ich es jetzt nicht weiter zitieren werde. Gut. Danke, Julius. Denn, um das noch von meiner Seite zu beenden, dann gebe ich das an euch weiter. Den größten Respekt habe ich natürlich ihr wahrscheinlich auch einfach vor Leuten, die halt sich irgendwie engagieren in Dritte-Welt-Ländern und unter schlechten Bedingungen, teilweise auch ohne Geld. Also diese German Doctors zum Beispiel oder so, die halt dann einfach... Ja gut, die machen das jetzt... Die machen das halt wirklich in ihrer Freizeit. Ihr seid doch einmal ernsthaft. Nein, aber sowas gibt es ja durchaus auch als Beruf. Einfach Ärzte, die wenig Geld verdienen, die einfach anderen Menschen helfen und ihre eigene Sicherheit ja auch ein Stück weit da oder einen Verdienst halt auch zurückstellen. Davor habe ich schon großen Respekt auf jeden Fall. Das ist so ähnlich bei mir auch. Also Leute, die zum Beispiel auch in der Notaufnahme arbeiten oder so, denen ja auch wirklich wenig verdienen oftmals. Oder Streetworker oder sowas in der Dichtung, die halt wirklich das halt tun oder genau weiß, da liegt denen was dran. Weil es ist eben nicht, dass da irgendwie gut Kohle rüberkommt oder so. Es ist einfach halt deren Passion. Und das finde ich halt... Oder Leute, die ja von mir aus auch in einer Behindertenwerkstatt arbeiten oder so. Ich kenne halt da früher noch vom Zivildienst auch Personen, denen dann XY passiert ist, weil sie sich dann wieder mal gegen die Wand geklatscht, weil einer halt seine Aggression nicht ganz unter Kontrolle hat. Aber die würden das halt nie aufgeben und das ist halt super sowas. Das habe ich echt Respekt vor. Und tatsächlich auch, ich habe mir das oft gedacht, bei Müllmännern zum Beispiel. Ich glaube, ja wirklich, weil ich damals in die Schule gefahren bin und dann hat einer... Dann waren da ein paar Schüler mit drin und draußen gerade ein Müllmann hat was weggeräumt und dann hat er ihm halt was vor die Füße geschmissen und so. Ja, es wird ja eh wieder alles dreckig, was für ein Scheißjob und so. Dann habe ich mir gedacht, das ist halt so scheiße, weil das ist halt wirklich... Machst halt den Müll weg und das sind halt... Ich kenne ein paar Müllmänner, weil die jetzt... Das ist so. Ich dachte, der ist gut bezahlt, der Job. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher. Der ist eigentlich relativ gefragt auch. Okay. Ja. Es ist... Mir egal, wie der dreckig wird, wenn ich mein Geld kriege. Du willst nicht so richtig aufträumen. Ne, finde ich halt auch. Ich meine, das sind halt auch Sachen, die müssen ja gemacht werden und so. Und ich finde es dann halt dumm zu sagen, der ist ja nur das und das. Ne, überhaupt nicht. Das ganze Gegenteil. Ich würde das gerne mal machen. Ich denke, das macht voll Bock da hinten auf dem Auto halt. Müllmann? Ja, klar. Du hast ja wieder Bock auf dem Fahrzeug. Ja, ich habe halt Bock hinten auf dem Auto drauf zu stehen. Ich glaube, dass viele dieser Berufe, auch so Postbote oder so... Ja? Ernsthaft? Das ist doch nicht schlecht. Also die morgens, die radeln da morgens... Ja gut, das ist natürlich... Oh, da Mitte der Klischee-Postbote, der Zeitungsausträger. Der Fahrrad fährt und dann mal wirft. Die haben noch die elektrische Fahrräder mit dabei. Weil auch von dem Hund da eine Fahrräder mit dabei. Richtig. Sie müssen ja gar nicht mehr richtig selber radeln. Die haben ja diesen halb betriebenen Dings. Action-Fahrräder. Action-Fahrräder. Ja, mit Postboten habe ich ja... Also unser Postbot, der hat immer noch ein normales Rad. Hat der nicht dieses Dreirad hinten mit leichter... Ich kann das auch so... Der hat doch ein Rad ab. Der hat ein ganz normales Fahrrad. Echt? Also die bei uns? Und wir sind ja gar nicht so weit entfernt? Vielleicht ist es auch eine Frau, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall... Ein ganz normales Fahrrad. Okay. Die Person habe ich mir noch nicht eingeguckt, aber das Fahrrad ist... Aber dieses Fahrrad... Das ist ein Fahrrad, du? Das ist ein Fahrrad. Das ist ein beeindruckendes Fahrrad. Herr Risch! Ich habe generell vor allen Arten von Beruf einen gewissen Grundrespekt. Also auch gerade, weil du das Müllmänner-Beispiel gebracht hast. Ich wollte schon das Straßenfeger-Beispiel bringen. Ich habe nur Licht im Fall gehabt. Ich saß an der S-Bahn und da ist einer gekommen. Hat halt alles aufgekehrt. Und dann ist mir eigentlich... Oh shit, ich mache die Füße zu hoch. Muss ich mir leicht jetzt machen. Da habe ich gedacht, eigentlich hätte es auch aufstehen können. Das ist irgendwie doof. Und das ist halt so Sachen... Das ist ein Beruf, auf die blickt man gerne irgendwie so ein bisschen herab. Oder zumindest wirkt es so. Aber ich habe keinen Respekt davor, dass Menschen sowas machen. Und dass sie es halt vor allem gut machen. Mit einer gewissen Motivation. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür motivieren könnte. Aber wenn es jetzt wirklich um ganz großen Respekt geht. Nicht wegen der Bedeutsamkeit. So wie jetzt ärztliche Grenzen oder sowas. Oder wegen... Weil der Beruf halt, in Anführungsstrichen, gesellschaftlich nicht hoch angesehen ist. Sondern wirklich nur harter Knochenjob. Da würde ich sagen, habe ich den größten Respekt vor Leuten, die auf einer Ölbohr-Plattform arbeiten. Boah! 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 Krabbenfischer halt irgendwie auch, die halt dann einmal im Jahr für vier Wochen irgendwie da losdüsen und dann hardcore Tag und Nacht da hier die Krabben aus dem Meer ziehen, weil Wind und Wetter, und die verdienen ja auch, also immer so abhängig von dem Fang, den sie halt machen, verdienen ja auch echt viel Geld. Und das ist, glaube ich, halt auch ein wahnsinniger Knochenschub. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es auch in jedem Beruf, dass es auch bestimmte Leute gibt, die es halt einfach gern machen, weil sie halt Bock drauf haben, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt halt Menschen, die mögen auch ein bisschen die Einsamkeit und das auch China. Ja, eben, genau. Zivilisation oder eben nicht 24 Stunden am Tag bei der Familie zu sein. Das gibt es auch. Also unabhängig von der Grundmotivation der Leute selbst, finde ich halt, glaube ich, dass es ein extrem harter Job ist. War der mal in so einem U-Boot drin? Nur in einem, in so einem Museum. Aber wo war der? In diesem deutschen Museum? Stand da mal eins? Ich war im Speyer in so einem zweiten Weltkriegs-U-Boot und da ist... Warte mal, war das im zweiten Weltkrieg? Ja, wie eng. Die Hölle. Mein Vater, mein Vater war Navigator auf dem U-Boot. Echt? Ich weiß echt. Also Bundeswehrdienst halt. Krass. Ich wäre die Hölle für mich. Der hat halt total viele lustige Geschichten. Die absolute Hölle. Also ich wäre schon im Aufzug, ist schon, also ich bin halt sehr klaustrophobisch so. Und dann noch unter Wasser wird ausreichen. Weil das ist ja nichts außer wie unser Gang jetzt da so ein bisschen, ne? Ja gut, aber das ist halt, die Vorstellung kommt ja auch so ein bisschen, aber auch von dem, diesen zweiten Weltkriegs-U-Boot, die halt so klein sind, so ein modernes Atom-U-Boot ist ja auch ein riesiges Ding. Aber trotzdem, man ist halt unter dem Meer und man ist halt in einem Raum, also allein schon zu wissen, dass ich jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wollte, nicht an die frische Luft könnte. Allein das zu wissen, würde mich wahnsinnig machen. Ich hab mir, da war da Filmstudios mal, da kann man sich, konnte man doch, ich weiß nicht. Das ist kein U-Boot, das ist ein Drache. Fuhu-Hur heißt der. Ja, aber der ist ja in den Hohl. Da war ich drin, fünf Wochen. Da steckt ein Typ im Fuhu-Hur. Das ist der Haider, das gibt's doch gar nicht. Das ist nur der Haider, der zwitt sich fest. Ne, da kann man das Boot besichtigen, also das Boot aus das Boot. Und das war fantastisch eng auch. Und ich hab mir so den Schädel angehauen, das war so, ha, oh, bumm. Und wenn du dir da schon den Schädel anhaust, ohne dir zu nahe treten zu wollen? Das stimmt auch wirklich, ja, ich war da ein bisschen, meine Schwester hat mich noch gewarnt, weil sie sich die Augenschädel angehauen hat. Und die ist acht Meter groß. Das ist ja lustig, alle Haiders sind acht Meter groß. Wenn du das mal bildlich vor. Ja, so ist das. Und mehr habe ich nichts zu sagen. Acht Meter. Ach, acht Meter Haiders. Ja, das U-Boot ist tatsächlich so eng, dass sie dafür die Kameratechnik revolutionieren mussten und ein neues Steadycam-System erfinden mussten, damit die Kameramänner da überhaupt nicht rennen können. Das ist so unglaublich eng. Und der Fuhu, der da steht, ist übrigens fast haarlos mittlerweile. Da muss er so viele Milben in seinem Fell haben. Was ist das? Kinder werden krank, sterben, weil sie auf dem Fuhu saßen. Kinder setzen sich mal drauf und können da so ein Blue-Screen-Bild machen. Fuhu hat mehr Kinder getötet als die Pest. Und da sie alle halt auf dem Fuhu draufklettern, also da nimmt man so viele Haare dran. Ich verstehe. Das hat man aber wartet mal so. Die Fuhu-Krippe. Das ist halt bei so einer Führung, bei so einer Natur kannst du das machen. Solche kulturellen Erben in diesem Kind hat Fuhu. Die Fuhu-Krippe hat sich mit den alten Attrappen Geld machen. Ja. Sag mal, wart ihr wieder in den Barbarier-Filmstudios? Ach Quatsch. Los! Spuckt man da Feuer? Ja. Die kleine Marlene hat schon wieder die Fuhu-Krippe. Gott, die sieht aus. Wenn man da niest, spuckt man dann Feuer. Die ist komplett haarlos mittlerweile. Fuhu spuckt doch ein Feuer. Da spuckt kein Feuer? Ne, oder? Ne. Ich weiß nicht, wer das ist. Fuhu aus der Dach aus der unendlichen Geschichte. Ach der. Mein Gott, ey. Alter, da würde ich ja nicht mehr reingehen, wenn ich mit Geld... Da kann man auch nicht rein. Da kann man nur drauf. Die Unendung. Da pierzt doch endlich. Da war noch was. Wo ist das Gehirn? Gib ihm das Gehirn. Gib ihm schnell das Hirn wieder, ey. Na, aber ich hab halt voll Angst vor dir. Ne, ich geh da nicht rein. Du steht in dem Barbarier-Film. Ich geh da nicht rein. Da hocken Kinder drauf. Ich geh da nicht rein. Ey, das ist aber so ein gruseliges Scheißvieh, Alter. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Die Uhr ist doch total süß. Ne, das wird. Ich stehe so Angst vor vor dem Ding. Ich hatte Angst vor diesem riesigen Wolf. Ja, der war ja auch fies. Der war fies. Ja, der war fies. Ja, aber für damalige Fällnisse war der ganz cool. Ja. War der ganz cool gemacht irgendwie, glaube ich, oder? Ich mochte das ganz gerne. Auch jetzt im neuen Star Wars, dass sie dann wieder richtige Figuren benutzen, die dann praktisch funktionieren und nicht alles mit CGI. Ja. Ich weiß nicht wieso. Vor allem, weil das auf gewisse Art und Weise nochmal perfektioniert ist. Weil die haben nicht nur wie früher einfach Leute in Kostüme gesteckt. Sondern sie haben das mit Animatronik verbunden halt. Und wo es halt nötig ist, CGI. Ja. Hat man ja schon in Star Trek 1 und 2 und den neuen von J.J. Absatz zum Teil schon gesehen. Wo nur ein bisschen CGI in den Masken verwendet wurde, um sie halt noch perfekter zu machen. Und dann hast du diese Uncanny Valley halt auf einmal nicht mehr. Dann ist es halt wirklich perfekt. Also vor den Berufen haben wir auch Respekt. Auch Respekt. Zum Beispiel eher so Maskenbildner oder so Menschen, die halt so Kostüme dann für Filme schneiden. Zum Beispiel. Ich habe mir ja dieses ganze Herr der Ringe Zusatzmaterial angeschaut. Alles. Irgendwie 18 Stunden oder so. Auch so geil zu sehen, wie sie halt da aus diesen Bändchen, aus diesen Gummibändchen dann diese Kettenhemden bauen. Das waren die Schläuche, gell? So Schläuche, ja. Super cool. Also auch das. Und mit Herzblut da dabei und sitzen da monatelang und stecken Schlauchstückchen zusammen. Voll geil. Und wenn da jemand Spaß daran hat, finde ich das so cool. Also egal, ob das jetzt wirklich die Pommes in die Fritteuse stecken oder halt die Dinger zusammenstecken oder den Müll ausländen. Ich finde es halt voll geil, wenn jemand Spaß in seinem Beruf hat. Irgendwie super. Apropos, die beiden Jungs da draußen in dieser Pommesbude, die sind super geil. Auch, ja. Total. Im Sommer war ja richtig krasse Hitze und die haben wirklich nur so eine kleine Bude und da kann man so ein bisschen, kann man ausstellen. Pommes, Schnitzel und alles aber irgendwie auch frisch geklopft und so weiter. Die sind immer gut drauf gewesen. Immer. Da habe ich auch gedacht, ey, Jungs, hockt da drin, habt nix, nicht mal irgendwie so ein Ventilator, der euch da ein bisschen warme Luft zuwedelt. Aber das muss halt auch in der Gastro. Mit Speck fängt man Mäusen an. Es gibt so viele Restaurants, wo ich mir denke, ja Leute, ey, so werdet ihr euren Sweatschen Datsch immer nicht los, ey. Ja, das war. Und deswegen, die machen es halt halt richtig, weil die so richtig, die stehen da und schwitzen am Herd und Burger hier und Schnitzel da und Pommes und Bäm und saunett. Ja, das ist halt auch, und das muss man aber auch können. In Amerika ist es ja so ein bisschen selbstverständlich, diese Freundlichkeit von Bedienungen. In Deutschland ist es nicht überall so. Vor allem in Bayern ist es nicht so. Das ist der Kunde immer König. Das stimmt. In Deutschland ist das nicht so. Da musst du aufpassen, wenn du im Karstadt die freundliche Verkäuferin ansprechen willst, weil du das fragen willst, aber sie tratscht gerade mit ihrer Kollegin. Möchte nicht gestört werden. Ja, ja, ja. Man muss tatsächlich noch extra warten. Es ist tatsächlich so. Hier ist der Kunde offensichtlich nicht König. Ja. Es wäre in Japan undenkbar. Es wäre für jeden Angestellten noch ein Kündigungsgrund. Sofort. Rausschmiss. Das ist aber geil. Und dann, nachdem du die Frage stellst, wo waren wir denn gerade? Und dann geht es weiter mit dem Traum. Also ich bin da lang gelaufen und dann kommen wir plötzlich. So geil. Ja. Aber weil du gerade diese Hitze am Herd angesprochen hast, was auch so was ist, so Straßenbauarbeiter. Boah schon. Im Sommer, die dann da die Straßen teeren. Vielleicht haben wir auch alle Berufe durch, ne? Ja, aber es ist ja auch wahr. Da fährst du vorbei Richtung Gardasee irgendwie ohne Buchse am Steuer und denkst ja, boah Jungs, ey, da will ich jetzt aber auch nicht stehen, irgendwie die Straße machen. Oh, da muss ich, ich habe den Tramfahrer, das muss ich kurz erzählen, von hier, vom Münchner Freiheit bis zu uns. Ja. Ich stand ganz vorne und ich finde es immer geil, wenn die sich immer so zuwinken, wenn sie sich gegenseitig treffen, so der Busfahrer, so hey. Aber er hatte Sonnenbrille auf, Sonnenbrille auf, da war nichts drumherum, nichts. Da war gerade diese Strecke, wo nur Baustelle ist und Wiese. Was macht er? Weil ich gucke irgendwie gerade zufälligerweise hin, macht irgendwie einfach nur... Mega geil. Mega geil. Da war einfach niemand. Ja, top. Der bringt dich sicher nach Hause, du. Hammer. Hammer. Ja. Würde ich auch machen. Finde ich gut. Du weißt Respekt vor dieser Coolness. Auf jeden Fall Respekt vor der Coolness, ja. Ich habe Respekt vor Wissenschaftlern. Ja. Welche denn? Alle. Alle Wissenschaftler, die irgendwas geiles erfinden, was unsere Welt voranbringt. Habt ihr eigentlich diesen Hawkins Film gesehen? Ja. Noch nicht, ne? Noch nicht. Ich leider auch noch nicht. Und? Ich bin mir den jetzt mal auf. Ich bin mir den jetzt mal auf. Auf Sky. Das ist ziemlich gut. Aber der ist halt eher eine Liebesgeschichte. Ja. Da gibt's eigentlich am Anfang ein bisschen, aber über den ganzen Filmen hinweg sehr, sehr wenig um seine Forschung. Ja, okay. Und sehr, sehr viel einfach um das Verhältnis zu seiner Frau und halt auch der Krankheit. Ja, okay. Würde ich mir gerne mal anschauen, ja. Aber trotzdem habe ich meinem Vater zum Vatertag geschenkt, weil mein Vater Physiker ist. Oh, krass. Was ist der denn noch alles? Ich wollte gerade sagen. Der steuert U-Boote. Der ist Physiker. Er ist Physiker. Astronaut. Nein, nein, nein. Raubtier-Domteur. Physiker und Bundeswehrdienst im U-Boot gemacht. Der hat auch Fuchur designt. Und Vater. Und Fuchur hat er auch erfunden. Also ich habe jetzt Respekt vor Jules. Er ist Fuchur. Er war der Darsteller, der Fuchur gespielt hat. Aber wieso bist... Mittlerweile fast Halos. Ja. Wieso bist du dann so eine Null? Ja, das ist nämlich die Frage. Ne, eine Null nicht. Nein. Aber so ein Musiker könnte ich mir jetzt in dir nicht vorstellen. Aber ist das heutzutage noch so, dass Kinder, die Fuchstoffe in ihre Eltern treten, selten, oder? Es kommt drauf an. Ich glaube, wenn du zum Beispiel in der Gastruppe bist. Also Gastro oder Hotelgewerbe und sowas bestimmt, ja. Ich bin auf jeden Fall adoptiert. Glaubst du? Bist du ganz anders als selbst? Weißt du? Oder bist du dem Postboten besonders ähnlich? Das wäre jetzt so gut, wenn du wieder auf Beruf zurückzukommen. Meine Mutter hat Biologie studiert und mein Vater Physik und ich kann halt nichts. Ich kann auch nicht mal Mathe. Das macht nichts, Mathe kann ich auch nicht. Das können wir alle nicht. Ich kann doch nicht mal Mathe. Ja, deswegen sind wir ja hier. Ja, stimmt. Ja, aber meine Eltern sind nicht musikalisch. Ihr siehste? Null. Es ist eher auch schwierig. Nicht so wie der singende Postbote in deiner Heimat? Richtig. Wir kennen alle. Post ist da. Deine linke Gerichtheit ist einfach noch ein bisschen aktiver als deine Rechte. Das stimmt. Ja. Deswegen. Warte mal. Die Linke ist doch die logische. Haben wir jetzt irgendeinen wichtigen Beruf vergessen eigentlich? Ich habe unglaublichen Respekt vor YouTubern. Echt? Ich? Ehrlich? Null. Null. Doch es gibt einige amerikanische, die sehr geile Sachen gemacht haben. Es gibt doch einige Deutsche, denen man Respekt zollen muss. Ja. Egal, ob das was sie jetzt machen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Einige haben es halt einfach geschafft, die Masse zu bewegen. Ja. Oder für sich zu gewinnen. Ist ja auch egal, was die jetzt machen. Aber allein dafür muss man halt, finde ich, oder kann man schon Respekt zollen. Ja. Die hätte wirklich viel Arbeitszeit reinkommen. Ich finde aber auch zum Beispiel bei großen Sängern, sei es jetzt Beyonce, Britney Spears oder was weiß ich, wenn die auf Tour gehen. Du sagst das so schön, Beyonce. Beyonce. Weil ich mir so ein Tourtagebuch mal angeschaut habe von einem Hip-Hopper. Ja. Und klar, die kriegen viel Kohle und das ist schon krass. Aber ich denke mir, die machen jeden Tag woanders eine Show. Ja. Machen immer den gleichen Kram, sage ich jetzt mal. Es ist deren Job, ich weiß. Aber man denkt sich so, warum könnte ich irgendwie für ein halbes Jahr jeden Tag den gleichen Song runtertrellern. Mit derselben Motivation, dem gleichen Elan. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Noch schlimmer und beeindruckender finde ich das bei so Stand-Up-Comedians oder Kabarettisten. Der Josef Harder, der irgendwie seit 300 Jahren mit Harder spielt Harder auftritt. Aber wirklich seit Anbeginn, seit es ihn gibt, macht er das gleiche Programm. Gut, er hat ja eh schon immer dieses gelangweilte österreichische Gebitte. Ich liebe den Kram. Aber da würde ich mich vor mir selbst ekeln, glaube ich, irgendwann. Den Witz erzähle ich jetzt zum tausendsten Mal mit dem Würschlimmkühlschrank. Oder die Leute beim Teleshopping. Da denke ich mir auch, das muss man können. Da ziehe ich ihn gut vor für die Leute, die das so durchhalten. Was ist das mit den Leuten bei AstroTV? Das ist so eine Grauzunge. Wir hatten ja witzigerweise mal einen Kollegen hier bei Hi5, der damals echt jetzt gefilmt hat. Wie ist er denn? Steffen? Steffen? Ja. Der war bei AstroTV. Steffen, oder wie wir ihn auch gerne nannten, den Weißblitz. Es wird jetzt wahrscheinlich keiner lachen, außer Maxi. Ich kann mich auch an ihn erinnern, ich habe das alles schon vergessen. Ist egal. Der Steffen auf jeden Fall. Und der hat auch bei AstroTV gefilmt. Ach, deswegen. Ja, und das ist halt alles so grober Humbug. Also, dass es natürlich Humbug ist, dass... Oh, hätte ich das jetzt... Das darf ich jetzt gar nicht sagen, sonst fällt das auf ihn zurück. Na ja, Steffen Vorname kann man ja sagen. Also nicht nur, dass das... Das weiß ich nicht von ihm, Zwinker, Zwinker. Das hat mir jemand anders erzählt. Also, natürlich ist das offensichtlich Humbug, wenn da jemand sitzt mit irgendwelchen Karten oder irgendwelchen Steinchen oder keine Ahnung. Ich glaube aber dran. So, okay. Das lasse ich mir ja noch gefallen. Dann sage ich, okay, wenn da jetzt jemand dran glaubt, bitteschön. Kann ja jeder machen. Aber das ist noch nicht mal live. Weil du wirst ja dann immer... Das ist noch nicht mal live. Das ist eine Aufzeichnung. Und die Leute, die da am Telefon sind, werden entweder zurückgerufen oder es sind halt irgendwie Mitarbeiter oder gekaufte Menschen. Das heißt, der Anruf geht da halt wirklich ins Nirvana. Weil das ist... Die Leute glauben da wirklich dran. Ich hab mal für das Sims-Magazin so einen Rufkog erstellt. Ist halt schon krass. Ist einfach keiner. Und die Bekannte, meine Mutter, hat das auch hobbyberufsmäßig gemacht. Die ist eigentlich total reich, aber hat das hobbyberufsmäßig... Hat sich für Astrologie interessiert. Und die hat das richtig mit dem Stern... Also ich glaub da dran und alles und die ganzen Auswirkungen. Deswegen, ich glaube schon, dass die Leute, die da sitzen, echt sind für sich. Und die daran glauben. Bestimmt. Aber die Live-Geschichte ist halt für das. Genau. Weil die steht immer da. Und jetzt an, ich leg dir dein Horoskop, dein Problem vor. Aber das kann doch nicht legal sein. Nein, natürlich nicht. Ich glaub auch nicht, dass das... Ich mein... Die sind jetzt geschlossen wegen uns. Das bedeutet, den Untergang von AstroTV. Diese Gewinnspiel-Sendungen, die früher... Wir können das übernehmen. ...die sind ja gerade, weil man irgendwann festgestellt hat, das ist eigentlich nicht legal, was jeder macht. Deswegen gibt's die ja auch alle nicht mehr. Weil die sich da nicht mehr rentiert haben. Aber das Schlimme bei AstroTV finde ich ja, ist ja... Kann ja sein, dass da Leute dran glauben. Aber das Problem ist halt, manchmal glauben halt scheinbar die Moderatoren selber noch nicht mal richtig dran. Richtig. Da hab ich letztes Mal so ne... Bei TV-Total gibt's ja auch die besten Ausschnitte. Und da war da halt irgendwie so ne Sendung, da ging's irgendwie darum, da haben Leute angerufen, die Dinge wiederfinden wollten. Und haben halt gefragt, wo sie die halt hingelegt haben. Und die Frau hat halt überhaupt keinen Bock. Das hast du auch gemerkt. Die war halt so geil kurz angewunden. So... Ja, ich hab hier ne Gabel verloren. Weil ich... Und dann... Ich war so... Ja, äh... Gabel hab ich hier unter nem Schreibtisch. Alles klar, tschüss. Und dann kommt der Nächste. Weißt du, Leute, das ist so... Was? Voll geil. Weil... Weißt du, die gibt's sich halt noch nicht mal die Mühe dann sozusagen so von wegen... Ja, das ist halt unprofessionell. Ich spüre jetzt die Energie... Ja, das ist halt unprofessionell. Wenigstens dann... Wenigstens dann... Wenn dann vernünftig verarschen, ja. Weil das ist schon frech. Das ist halt immer so geil so... Ja, ich hab hier nen neuen Freund und ich frage mich, wie lange das noch hält. Drei Wochen circa. Das ist so... Irgendwann sprengst du auflegen. Das ist halt so geil wie... Da gibt's sich noch nicht mal die Mühe gegeben heute. Geil. Und einmal war da dieser Typ, der immer dasselbe gesagt hat. Jemand... Drei Wochen circa. Ja, ich... So eins bis drei Wochen circa. Aber das ist schon hart. Wir haben uns... Ich hab das zuletzt gesehen... Ich glaub, vor zwei oder drei Jahren hab ich AstroTV zuletzt gesehen, vor zwei oder drei Jahren auf der Gamescom abends im Hotelzimmer. Weil gar nichts mehr ging. Irgendwie irgendwie noch ein bisschen fern gestanden. Und das ist halt aber auch absurd, wenn man dann die Leute hört, die dort dann anrufen und ihre Wünsche wirklich äußern und formulieren und... Sprechen Sie mir jetzt nach, liebe Sibylle. Mhm. Hä? Sprechen Sie mir jetzt nach, liebe Sibylle. Liebe Sibylle. Und jetzt Ihr Wunsch. Und jetzt Ihr Wunsch. Nein. Und jetzt Ihren Wunsch. Achso. Ich wünsche mir eine große Summe Geld. Das gibt's doch nicht. Das gibt's halt nicht. Das ist schon... Ah, ja. Ja. Naja. Ich glaube, dass das aber viele so zur Belustigung gucken. Ja. Glaub ich auch. Um sich halt einfach darüber zu erfreuen. Ja, so wie du nach der stressigen Gamescom... Ja. Ich saß dann da, war gut drauf, wir hatten ja die Sibylle... Die Sibylle... Die sind ja echt intelligent. Richtig. Also auch so Christian Bale halt. Ja. Mechanist oder Jared Leto macht das ja auch immer richtig krass. Ja. Mal Lombardo. Der war auch so ein Hugh Jackman, der sich halt auf Wolverine vorbereitet, wo man sich denkt, naja, komm hier Comicverfilmung. Pff. Der ist halt nur am Pumpen und irgendwie acht Mahlzeiten am Tag reindrücken und Training, 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 Training. Ist das schon... Schon krass. Oder auch Jared Leto hat ja wirklich sich mit New Yorker Games angefreundet. Ich glaube immer noch, dass der Leto heißt. Damals um... Er ist doch der einzige Mensch an der Welt, der Jared Leto sagt, oder? Der heißt hundertprozentig so. Wie sagst du das denn, Marco? Hatten wir das nicht schon letztes Mal gesagt? Doch. Ich sag's immer falsch. Ich sag oft Jared Leto, aber es heißt Jared Leto. Es heißt nicht Leto. Dann hat irgendein Typ unter dem Command Video geschrieben, also Julius, der Jared, der wird aber Leto ausgesprochen. Das... Sag mal hier mal nicht so... Hallo, hallo, wieso parodierst du denn jetzt so frech unsere Zuschauer? Ja, weil das war ja wohl richtig, ne? Ja, wie kann man das... Und dann war das halt... Dann war es halt... Ja. Dann war es halt ein Kommentar. Dann war es halt so ein Kommentar, ne? Wo halt... Die hasse ich ja, ne? Wo du nicht antworten kannst. Ja! Ja! HAHAi!! Wie die ihrer Scheiß-Profil nicht richtig angemeldet haben. WAS ISN DA LOS?! Ich hab das... Ja, ne, da wollte ich dir so voll das wütende Posten, ging das halt nicht? Wir haben ihre Scheiß-Gug... Die haben ihren Google Plus Profil nicht richtig angemeldet. Das passiert dir immer bei solenicioern. IGrODI! Und dann auch Scheiße, gehen wir her antworten! Es sind Punkten von den Leuten, die kannst immer nur mensch' mir nicht antworten und solche Kommentare-Anne. Seinen slime-wieso antwortest du mir denn nicht?! Ja, genau. Ernsthaft! Und es gibt keine Antwort-Funktion. Ist so gut. Ich hab bei einem tun. Ich habe einmal die Mühe gemacht bei einer, was offensichtlich Faktisch Falsches geschrieben hat. Ich weiß nicht mal, wo, wie, was, aber es war unter einem der Videos, in denen ich vorkam. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe ihm über Google Plus privat eine Nachricht geschickt. Weil du recht haben wolltest. Das muss man auch mal machen. Da kann man auch mal einen Brief schicken. Aber das ist der Anfang vom Ende. Gerard Letto, hundertprozentig. Ja, okay. Wenn ihr etwas anderes denkt, liegt ihr falsch. Ihr habt es geklärt. Ja, gut. Wir haben es geklärt. Für mich hat er das gemacht. Dann, gut, sind wir am Ende der ersten Folge, das ist richtig. Zusammenfassend, die haben vor allen Beruf einen Respekt. Ja, kann man glaube ich wirklich sagen. Also nicht vor allen, aber ich glaube, vor den meisten kann man schon Respekt haben. Gibt es dann irgendeinen, mal ganz kurz eingeworfen, vor dem wir überhaupt gar keinen Respekt haben? Sohn, Berufssohn, Diktator, Warlord, irgendwie sowas. Ja gut, das ist natürlich sehr Quatsch. Vor Beruf Warlord. Das ist ein geiler Beruf. Ja, Drogendealer ist jetzt vielleicht kein anerkannter Beruf, aber für den einen oder anderen. Ist aber auch schwierig, ne? Bei der anderen. Hallo? Genau nicht jeder. So hast du mal in den Raum geworfen, ja. Es kommt halt, glaube ich, auch immer darauf an, wie die einzelnen Menschen diesen Beruf halt auch ausführen. Also ich glaube, es gibt Berufe, da habe ich durchaus vor einigen Leuten Respekt, die den ausführen und vor anderen halt wieder gar nicht. Also auch wenn es jetzt so ein bisschen abgedroschen klingt, aber es gibt halt zum Beispiel viele Polizisten, vor denen ich einfach keinen Respekt habe. Weil das halt bei ganz vielen, das ist aber dann eine ähnliche Berufsgruppe wie auch irgendwie Türsteher oder Schiedsrichter oder so, die dann halt einfach dieses Fünkchen macht, das man ihnen in die Hand gibt, so ausleben und mit aller Gewalt festhalten. Und allein die Körpersprache von einigen Schiedsrichtern, natürlich, wenn du da so ein Champions-League-Finale pfeifst, die ganze Welt guckt auf dich. Aber wenn ich sehe, wie die halt dann teilweise erwachsene Menschen zurechtweisen und also wie die mit den Menschen umgehen, das ist schon, das finde ich schon krass. Und ähnlich ist es halt auch mit Polizisten. Ja, aber das kommt ja auf die Person dann drauf an und nicht auf den Beruf. Genau, deswegen sage ich ja, es gibt durchaus dann auch Personen. Bei Lehrern zum Beispiel. Bitte? Bei Lehrern zum Beispiel. Wobei auch da, muss man ganz klar sagen, ich habe mich gestern witzigerweise erst mit jemandem darüber unterhalten. Ich glaube, gerade heutzutage ist es unglaublich schwierig, als Lehrer zu bestehen. Also bei den Kids von heute, also diese Gratwanderung zu bestehen zwischen Autoritätspersonen, aber auch zu vermitteln, ich bin nicht euer Feind. Genau. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Deswegen, wenn ich es nicht über einen Kamm stehe, aber genauso wie bei Polizisten. Überhaupt nicht, meine Schwester ist Lehrerin auf der Hauptschule und die reißt sich den Arsch ab. Aber genau das ist eben das. Und dann gibt es halt Leute, die gerade früher auch oft nur wirklich Sadisten sind, die das dann irgendwo ausleben, dass sie da jemanden unterdrücken können oder so. Oder die halt einfach schon nach fünf Jahren alles aufgegeben haben und nur noch so scheiß drauf, was ich jetzt denen unterrichten muss. Ich bilde mich da auch nicht weiter, mir doch alles wurscht. Deswegen kann ich kein Französisch, weil so war man Französischlehre. Schacke die Bocke. Dem war das wurscht. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen scheiße. Aber das mit den Schiedsrichtern würde ich, glaube ich, anders sehen. Weil ich finde es eher halt richtig krass, wie kindisch und komisch sich da die Fußballer teilweise verhalten. Weißt du, wegen jeder Scheiße meckern. Ich denke halt echt, wenn ich halt Schiedsrichter wäre, dann würde ich halt die ganze Zeit sagen... Aber wenn ich sehe, wie theatralisch dann so eine... Also wenn ich dann immer diesen gelbe Karten-Move halt irgendwie sehe. Man kann doch eine gelbe Karte, kann man doch auch einfach so zeigen. Warum muss denn das immer so passieren? Das ist halt für mich wichtig, Tuerei. Das kann man doch... Es gibt genügend Schiedsrichter, die das Ganze mal hinkriegen. Das stimmt aber... Ich habe neulich auch so eine Reportage gesehen, in der man dann auch diese ganzen Gespräche mal mitverfolgen konnte, die da auf dem Platz geführt werden. Sau interessant, sau interessant. Und natürlich stehen die unter Druck und Hochspannung und Strom und alles drumherum dran. Aber... Und klar, du hast vollkommen recht. Also es geht auch auf keine Kuhhaut, wie sich die eigentlich alle Fußballer auffüllen. Ja, eigentlich schon. Es gibt halt auch keine andere Sportart. Einen kleinen Kick ans Bein und halten sich das Gesicht. Ja, natürlich. Okay, aber ich sage mal so, in den amerikanischen Sportarten... Ja, da hast du jetzt den Beste draus. Also in den amerikanischen Sportarten ist der Schiedsrichter halt eine ganz klare Respektsperson. Da sagt niemand... Ja, da geht es aber auch anders zu. Also wenn du mal die englischen, die Premier League mit der Bundesliga vergleichst. Also wenn da sich einer so hinschmeißen würde, wegen so einem kleinen Schubser und dann mit beiden Händen das Gesicht festhält, dann würden sie halt alle ausladen. Ja, bestimmt. Deswegen ist Cristiano Ronaldo da weggegangen. Ja. Wobei bei Jüris, die sich aufhören, da fand ich aber mein absoluter Lieblingsgiri aller Zeiten ist... Du kommst gleich dran, Maxi. Ich weiß, du willst auch unbedingt was zu diesem Schiri-Fußball-Thema noch sagen, gleich. Ich habe mein Gehirn schon abgedeckt. Ja, der keine Haare am Körper hat mit diesem Genfehler. Marco... Ja, genau. Der Italiener, ja. Das war der coolste Jiri aller Zeiten. Mega, ja. Der war früher sogar auf den... Der war doch mal in einem Cover, oder? Der war früher Flusschen-Soccer-Cover drauf. Ja, super, ja. So cool war der. Also die haben nicht mal einen Spieler genommen, die haben ihn genommen. Und ja, super. Der hat sich aber auch auf seine Art und Weise aufgeführt. Hat sich aber Respekt verschafft. Wenn du den angeguckt hast, als Spieler hast du dann nicht lange demonstriert. Nee, ich finde es teilweise... Ich meine, wie gesagt, man muss immer beide Seiten sehen. Und was sich allein die Linienrichter anhören dürfen. Also alleine der Ära Klopp, was sich diese armen Menschen an der Seite, die hilflosen, völlig unschuldigen, armen Menschen anhören mussten. Vom Jürgen Klopp, den ich halt mega cool finde trotzdem. Ich auch, aber es wird offiziell auch nicht bei ihm sein. Ja, deswegen auch da wieder beide Seiten. Und auch bei Polizisten, die müssen sich so viele Dumm- und Frechheiten anhören, ganz klar. Aber es spricht doch nichts dagegen, wenn man abends um elf aufgehalten wird, zu sagen, schönen guten Abend, dürfen wir Sie kurz stören. Oder ein Bitte oder ein Danke. Aber wenn es dann schon losgeht, Scheibe runter und mit, geben Sie mir mal bababam. Und ich kann dann aber auch nicht ruhig sein. Sagt dann, ja, aber wie wäre es denn mal mit einem Bitte oder erstmal einem Hallo oder einem guten Abend oder irgendwas. Ja, gut, dann steigen Sie mal aus. Ja, kein Dächtnis, kein Dächtnis, kein Dächtnis. Was schon alles getasert. Wir kommen ja als nächstes, so beugen Sie sich mal von über. Ja, aber das ist dann das Nächste, es ist dann wieder, ach, jetzt will er sich mit uns anlegen, gleich nochmal Macht demonstrieren, nochmal, um Gottes Willen. Das sind nicht alle so und es gibt in jedem Beruf, es gibt Leute, die es wahrscheinlich nicht so gut machen, andere, die es halt besser machen, meiner Meinung nach. Aber das finde ich halt so ein bisschen schade, weil gerade bei Polizei, beim Freund und Helfer, sollte man sich ja eigentlich sicher fühlen, wenn man die im Rückspiegel sieht. Oder? Im Grunde genommen. Eigentlich, ja. Der Freund und Helfer, oh, Polizei sind in mir, geil, es kann mir nichts passieren. Wenn ich Polizei im Rückspiegel sehe, habe ich immer Schiss. Ja. Oder was heißt Schiss, aber ich denke mir, ungutes Gefühl. Sieht wieder was sein, ja. Ungutes Gefühl. So, gleich werde ich rausgezogen oder, oh, jetzt muss ich hier besonders gucken und, hm, könnt auch mal wieder einen Schulterblick machen. So, irgendwie, das ist ein komisches Zeichen eigentlich. So, jetzt haben wir, glaube ich, aber wirklich jeden einzelnen Beruf. Ich wollte sagen, Dompteur. Nein. Nein, aber wirklich. Würde ich keinen Respekt haben. Achso. Jetzt, ich dachte, er wollte... Walfänger, Stierkämpfer. Ja, aber das ist Stierkämpfer ein Beruf. Das weiß ich nicht. Aber in Japan bist du nicht Walfänger, sondern Walforscher. Weil du schüttelst durch die Meere, um diese zu erforschen. Und wenn halt ein armes Tier an dir vorbeischwimmt, das aber erforscht werden möchte, dann musst du das halt vorher einfallen. Das signalisiert es ja so schlecht, dass es erforscht werden will. Dass ein bisschen Essen dabei rumkommt, das ist halt erfreulich. Ja, aber das ist jetzt auch sehr überspitzt formuliert. Ja, aber du hast recht, Tierdomptüre. Das ist auch nicht generell so. Da habe ich auch keinen Respekt vor. Ja, das ist ein wahnsinnig Tierreizquell. Für irgendwelche See-Life-Mitarbeitern. Vor allem früher, wenn man sich das mal angeschaut hat, so die Zirkuslandschaft vor 30, 40 Jahren, als da da wirklich 10, 20 Eisbären irgendwie in so einer Manege, wie sagt man, nicht vorgeführt, sondern halt dressiert wurden. Das ist schon wahnsinnig krass. Auf jeden Fall. Ja, großen Respekt. Muss ich wieder an unseren High-Five aussuchen, damals in den Zoo denken, weißt du das noch? Ich wollte gerade sagen, dass ich da eigentlich keinen Respekt vor habe. Es geht jetzt um das Quälen, meinst du? Genau. Achso. Also gerade bei so See-Life-Geschichten und so weiter. Dann quasi die Sachen, die halt ohne Quellen ablaufen, dass man das passiert, dann ist es cool. Also gibt es tatsächlich auch Hundetrainer zum Beispiel. Zirkusse? Sag mal das so? Zirken? Ich spezialisiere es auf Waal-Trainer. Weil Waal-Trainer. Waal-Trainer? Ja. Dann musst du Black Whale mal ansehen. Boah, übelst. Ja, natürlich, da gibt es viele schwarze Schafe. Ja, ja, dann ist das krass. Aber grundsätzlich, also für Filme gibt es ja auch so Tiertrainer und so. Es gibt ja auch viele so Tiertrainer, die halt dann in so Nationalparks arbeiten. Genau, genau. So, weil das ist krass. Und so hier irgendwie Bein abgebissen vom Löwen und sie kümmern sich um das Tier und peppeln das wieder auf. Oder die Eltern sind irgendwie verunglückt und man zieht das Junge auf. Ja, so gesehen auch Trainer. Das ist schon super. Schon geil, wenn Menschen sowas machen und können. Finde ich schon gut. Ja, klar, so Tier-Zucht-Vorstellungs-Ding ist halt immer schlimm. So Delfin-Show und alle, yeah und hier und denen geht so gut. Jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir viel geschnattert. Du. Machen wir Schluss für Folge 1. Gleich geht es weiter mit Come On! Folge 2 und euren Fragen. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.